So, AsmusenTV direkt mit dem Wasserkocher. So liebe Leute, hier ist wieder euer Asmusen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier in Finnland jetzt auf Helsinki mit den Kollegen. Wir haben ja jetzt schon mal ein Bierchen bestellt für ein schlappes 100 Euro gefühlt. Ansonsten, wir haben schon mit einer ein bisschen gesprochen. Die Leute sind nett hier. Daumen hoch dafür. Alles andere, es ist kalt, es ist teuer. Wir werden jetzt nach Bangkok weiter und dann melden wir uns von da nochmal. Wir sind immer noch in Helsinki. Haben hier, also for stuff only stand dran. Haben jetzt hier noch ein bisschen Aufenthalt. Haben uns hier zwei Roller geklaut und düsen. Finn war es gerade kacken. Ansonsten gibt es weitere Infos später. Wir sind jetzt in Bangkok angekommen. So sieht das Hotel aus. Luxushotel, sag ich mal. Mal gucken, ob man ihn sehen kann. Wir sind im 23. Stock. Geht weit runter. In Bangkok. So, wir freuen uns. Wir werden jetzt direkt in 5 Minuten ungefähr abgeholt und werden aufs Boot. Da gibt es dann nochmal Acker Acker. Die machen ein bisschen Techno für uns. Vielleicht gibt es noch was zu essen. Wir melden uns wieder mit neuen kulinarischen Tipps. Wir haben hier zwei leckere Gläser. So, wir sitzen hier in Komag, auf Komag. Daniel schläft schon sein drittes Kaltgetränk. So, wenn wir auch. Wir haben uns was zu essen bestellt und wie das Ganze hier so schmeckt auf der Insel, das verraten wir euch gleich. So, zeig ich euch mal wie das hier aussieht. Wo sind wir oben? Nummer Nummer... Die sind wir oben? Oh besondere sind, hier, die sind we nozzle. Oh das ist... Okay, der ist wir oben Juda. muss gerade husten, entschuldigt bitte, aber das Klima steht bei uns auf 16 Grad und der kalte Wind bläst hier raus. Pfadern 2 ist jetzt so nach ein paar Tagen jetzt hier auch mal bereit ein bisschen Sonne sogar niesen Robotnik macht sich bereit für den Shark Dive. Robotnik wird heute mit 480 Bullhain tauchen. Die Aufregung ist ihm etwas aufs Gemüt geschlagen, aber er bereitet sich gut vor. Das sind wir von ihm gewohnt. Ultimative Shark Dive. Liebe Leute hier ist wieder euer Asmussen, Asmussen TV, Asmussen direkt für euch in Thailand unterwegs. Wir waren gerade schnorcheln, wir waren gerade tauchen, wenige Taucher. Wie war es bei euch? Nass, ziemlich wett. Es gab Fisch. Wie viele Haier habt ihr gesehen? Null. Null. Gut. Wollt ihr mein Shark auf ihr Shirt? Shark of the Shirt. Da. Okay. Ein trauenhaften Bild. Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Asmussen. Ich habe schon wieder rote Nase ein bisschen. Ich hoffe euch geht es gut, euch geht es super. Wir sitzen hier immer noch auf dem Boot. Selbe Stelle, selbe Welle sozusagen. Zum Beispiel in Damage. Robotnik wird gleich einen Tauchgang mit 148 Sharks machen. Und jetzt gucken wir uns nochmal da vorne an, wie es da vorne so aussieht. Der Tauchlehrer erklärt den Jungs kaum an, wie es läuft. Asmussen live. Asmussen TV. Asmussen over Asmussen. So Freunde, heute ist ein kleiner Gast eingekauft bei Asmussen TV. Wir waren hier, wir wollten mal den Opening machen. Ja. Wir sind jetzt hier leicht prepariert und gehen jetzt auf die Insel. Ich gebe das gleich mal zurück zur View. The Beach. The Beach, ne? Ja. Hier war auch Leonardo DiCaprio nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Ey so Leute. Da musst du mal filmen. Auf der anderen Seite. Weiter. Ohja. Presented and represented by Asmussen TV. Das ist ja auch. Der hat ja vom Warsteiner auch mit dabei. Ganz offiziell jetzt. Wird ja auch bei YouTube rauskommen, die Jungen. Ach so. Das einzig wahre Warsteiner. Was unterscheidet Warsteiner von anderen Bieren? Ja. 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 Ich muss nur sagen. Es ist traumhaft hier. Wir gehen jetzt eine Kleinigkeit essen. Und Asmus & Culinary wird natürlich auch gleich mal sagen. Was gibt es hier zu essen? Schmeckt denn Essen hier? Wie teuer ist es? Essenpreis, Leistung natürlich auch immer ein wichtiger Aspekt für uns. Ja Leute. Wir sehen uns gleich. Ich hoffe, dass man mich gut verstehen kann. Bis dann. Euer Asmus.